Hallo und Willkommen beim heutigen Event Ich bin schon sehr gespannt auf den Ausgang dieses Events Ich bin schon sehr gespannt auf den Ausgang dieses Events 2 Grad mit dem Park hat so was noch in England an einem Hardpower Rennen Ja war cool, hat Spaß gemacht, die waren richtig ferne Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020